So, kleines Hertha-News-Update heute, meine Freunde. Ich bin total hier im Umzugsstress und gehe natürlich gleich auch noch Fußball spielen, wie immer montags. Worum geht es heute? Mal wieder, wie immer, die gleichen Themen mit ein paar gespickten neuen News. Luke Bakio, mich haben viele auf einen Sona angesprochen, da möchte ich noch mal kurz was zu sagen. Tolga Chigertschi, weiterhin wohl großes Interesse von seinem Ex-Club Ankara Gütschi, da sprechen wir auch noch mal kurz drüber. Und es gibt eventuell einen neuen Hauptsponsor, mit dem Hertha in guten Verhandlungen ist. Außerdem fällt Rochelle wirklich weiterhin Monate oder Wochen lang zumindest erst mal aus. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Wir sind heute Abend um 21.30 Uhr natürlich live in unserem legendären Montagstream. Da freue ich mich sehr drauf, weil wir viel nachzuholen haben. Diese ganzen Hertha-TV-Videos, die wir noch nicht geschaut haben. Dann natürlich, das ist ein Gang am Interview. Ich habe mir ja nur den Ausschnitt da angeguckt. Das gucken wir natürlich zusammen bei Bilal Kammeri und Transfer-Update, die Show. Also ihr solltet heute um 21.30 Uhr unbedingt dabei sein, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich freue mich sehr auf den Abend mit euch. Mit welchem Thema wollen wir anfangen? Rochelle hat Marc Schwitzki auf Twitter berichtet, dass nach seinen Quellen das mit der Knieverletzung schon vor seiner Verpflichtung feststand und eigentlich damals von der Verpflichtung abgeraten wurde. Da muss man sich jetzt wirklich fragen, wenn das so stimmt, was hat sich Fredi Bobic dabei gedacht? Zumal er jetzt ja eigentlich ein Verkaufskandidat gewesen sein soll und dementsprechend aber nicht verkauft werden kann, weil er eben sich dieser Knie-OP unterziehen lassen muss, die eigentlich schon letztes Jahr fällig gewesen wäre. Und das erklärt vielleicht in manchen Situationen auch teils diese hölzernen Bewegungen, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich würde gerne mal den Bewegungsablauf von ihm kennen, wenn er keine Knieprobleme hat. Und gleichzeitig ist es eigentlich auch völlig unverantwortlich. Aber nun gut, wir haben einen Spieler für Geld verpflichtet, der durchgespielt hat, der eigentlich eine Knie-OP gebraucht hätte. Zumal du kannst auch keinen, du kannst auch keinen, der war ja quasi ein Ersatz für Boyata, Niklas Stark und Jordan, die uns ja alle verlassen haben. Und dann holst du einen, der sich eigentlich einer Knie-OP unterziehen lassen muss. Und dann haben wir im Winter auch noch Gächter verliehen. Also es ist eigentlich, es wird immer schlimmer. Es wird immer mehr so, dass man denkt, mal gucken, was man Bobic da im Gericht noch vorwerfen kann. Ich glaube, das sind alles halt einfach Fehlentscheidungen, das kannst du nicht rechtlich irgendwie verfolgen oder so. Aber das ist natürlich der Running Gag, dass man dann immer sagt, das war vereinschädigendes Verhalten. Und bei Ensona sieht es wahrscheinlich auch nicht gut aus. Ich meine, Ensona ist jetzt seit anderthalb Jahren bei uns. Mir tut es wirklich mittlerweile nur noch leid. Ich hoffe, dass er überhaupt nochmal auf die Beine kommt. Und was ich so höre, sieht es aber leider gar nicht gut aus. Hertha berichtet ja auch überhaupt nicht irgendwie, was so Updates angeht, wie seine Verletzung ist. Den haben wir damals auch verletzt verpflichtet für knapp eine halbe Million Euro Ablöse. Obwohl er nur noch ein halbes Jahr Vertrag hatte, um ihn eben zu bekommen. Dann hieß es, eventuell könnte er im März 2022 fit sein. Jetzt haben wir Juli 2023. Und er trainiert immer noch individuell. Im April hat er dann das individuelle Training nach der Reha, nach einer erneuten Knieverletzung wieder aufgenommen. Also er trainiert jetzt auch schon drei Wochen individuell. Ich weiß wirklich nicht, ob wir den überhaupt nochmal auf dem Fußballplatz sehen. Geschweige denn bei Hertha. Was mir wirklich leid tut. Man hat ja immer Hoffnung, dass er vielleicht so der Überraschungstyp ist, der dann irgendwann um die Ecke kommt und wieder fit ist. Aber der war ja auch schon verletzt, als er zu uns gekommen ist. Stellt euch das mal vor. Ich meine, am Ende ist er jetzt eigentlich zwei Jahre durchgängig verletzt und hat kein Spiel mehr bestritten. In so einem jungen Alter, in der Karriere. Natürlich kann man sagen, er ist noch sehr jung, kann sich vielleicht trotzdem noch viel entwickeln. Aber das ist schon mega hart. Ich wünsche ihm natürlich nur das Beste und dass er irgendwann nochmal für uns spielt. Aber mittlerweile tut er mir wirklich einfach nur noch leid. Das ist ja ein echt hartes Schicksal. Zumal man ja immer nicht weiß, Hertha hatte er damals bei Hertha im Dialog gesagt, in Form von Zecke Neuendorf, glaube ich, oder Benni Weber. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hatte. Dass wir schon lange aus der Lohnfortzahlung raus sind und dass quasi die Krankenkasse das übernimmt. Da kann man nur für ihn hoffen, dass er eine gute Krankenversicherung mit gutem Krankengeld abgeschlossen hat. Da brauchst du natürlich eine Extraversicherung, die nicht irgendwie gedeckelt ist. Weil sonst sieht es wirklich schwierig aus, wenn er alles auf eine Fußballerkarriere gesetzt hat. Aber noch ist ja nichts durch. Aber wie gesagt, er ist seit drei Monaten im individuellen Training. Hatte ja vorher schon die Reha und ist ja seit gefühlt zwei Jahren verletzt. Also sieht ganz und gar nicht gut aus, muss man einfach sagen. Hoffen wir aufs Beste. Neuere News kann ich euch aber auch nicht sagen, außer das, was ich so ein bisschen höre, weil Hertha darüber ja auch nicht berichtet. Die haben eigentlich, ich habe mal geguckt, ich habe nichts mehr gefunden. Außer eben, dass er individuell trainiert beim Trainingsstart wieder. Aber sonst habe ich nichts gefunden. Da gibt es auch keine Updates und nichts. Vielleicht auch einfach, weil es wirklich nicht abzusehen ist, wie und wann und in welcher Form er nochmal auf dem Platz stehen kann. Also mit der Mannschaft zusammen. Ja, unser Dodi Lukebakio, um den sich ja jeden Tag neue Gerüchte ranken. Ach, ich brauche die Klubs gar nicht mehr alle aufzählen, mit denen er in Verbindung gebracht wurde. Auf jeden Fall wird jetzt wieder neu von einem Journalisten von RMC berichtet, dass unter anderem Lille großes Interesse hat. Gestern wurde auch von dem berichtet, dass Dodi Lukebakio sich von seinem bisherigen Berater getrennt hat. Und der bisherige Berater ist ja immer wieder in Erscheinung getreten auf Twitter, nachdem irgendwelche Gerüchte rauskamen. Zum Beispiel bei Royal Antwerpen. Und ich glaube auch bei Lyon hatte er dann da drunter gepostet, der ehemalige Berater von Dodi Lukebakio. Also er kann das dementieren, das sind Fake News. So, und von dem hat er sich jetzt getrennt, warum auch immer. Vielleicht war ihm zu laut, vielleicht hat er nicht das gemacht, was wir wollen. Auf jeden Fall berichtet RMC Sport auch, der Journalist, dass Dodi Lukebakio wohl wirklich ein Angebot bekommen haben soll aus Saudi-Arabien mit seinen 25 Jahren. Und zwar 20 Millionen Euro im Jahr, drei Jahre lang. Also für uns ablösetechnisch wäre es wahrscheinlich ein Traum, weil die würden ganz fix mal das Geld auf den Tisch legen, was wir gebrauchen könnten. Ich glaube, also das könnte man ihm tatsächlich, glaube ich, nicht mal vorwerfen, wenn er das Angebot da annimmt. Da verdient er wahrscheinlich mehr als in seiner gesamten Karriere, geschätztes Gehalt. Bei uns war er vor dem Abstieg rund zwei Millionen Euro im Jahr und jetzt würde er einfach das Zehnfache verdienen pro Jahr. Also wahrscheinlich sogar netto oder nur mit einem geringen steuerlichen Betrag, den er da abführen muss. Also unfassbar, wenn es dieses Angebot wirklich gibt. Ich glaube aber, dafür fühlt er sich dann noch zu jung. Aber wir haben es ja bei Ruben Neves gesehen, der ja auch früh in der Karriere mit 26, gut, der hat auch damals diesen wilden Wechsel gemacht, glaube ich, von Porto in die zweite englische Liga. Jetzt geht er mit 26 nach Saudi-Arabien. Aber wer weiß, ob man da widerstehen kann, ist, finde ich, fast nochmal was anderes, als wenn du schon irgendwie fast Milliardär bist und dann nochmal so einen Vertrag unterschreibst. Auch wenngleich das natürlich auch verhältnismäßig auch dann unfassbar viel mehr Geld ist. Aber hier bist du ja nach drei Jahren wirklich komplett durch. Aber wahrscheinlich spielt dann deine Karriere auch nicht mehr wirklich eine Rolle. Dann wäre er 28, könnte er nochmal probieren, zurückzukommen. Da kann er auch entspannen, wenn er vielleicht nicht, naja, ich weiß nicht, mal gucken, auf jeden Fall Angebote aus Saudi-Arabien immer her damit für unsere Spieler. Dann werden wir so schnell los und kriegen vielleicht sogar wirklich noch einen guten Tal dafür. Mal gucken, ob sich jetzt was ändert, wenn wirklich der Beraterwechsel vollzogen worden ist. Und ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Morgen sind sowieso wieder zwei neue Namen drauf. Auf jeden Fall soll jetzt auch OSC Lille schon zwei Angebote abgegeben haben. Aber wie gesagt, diese Liste, da kann ich ja in jedem Land schon fünf Namen aufführen. Auch Bayer Leverkusen ist auch angeblich in den Poker um Dodi-Luke-Bacchio mit eingeschrieben. Vom Tempo her würde er da hinpassen. Ich weiß nicht, ob Xabi Alonso so einen Spielertypen sucht, vielleicht wenn Diaby geht oder so. Der soll aber eigentlich bleiben. Wir stehen ja auf diese Flügelstürmer, die mit absolutem Tempo ankommen. Mal gucken, wo er am Ende landet. Also bald haben wir mehr Vereine genannt als nicht genannt. Ja, dann hat die BILD nochmal so einen Artikel veröffentlicht mit etlichen Gehältern von Spielern, die wir eigentlich loswerden wollen und wie teuer das doch alles ist. Eine Sache fand ich dann nur interessant, weil da ja auch immer wieder andere Gehälter gehandelt wurden. Seevolk soll rund 900.000 Euro verdienen. Wenn man mal davon ausgeht, dass da schon die 40% Reduzierung enthalten sind seit dem 1. Juli und dass er zu den Spielern gehört, wo um 40% und nicht um 30% reduziert wurden, dann hatte der wirklich ein Gehalt von anderthalb Millionen. Und ihr wisst ja, ich bin großer Seevolk-Fan. Ich feiere ihn einfach so als Typen und so. Das ist natürlich ein bisschen unkonventioneller Fußball, weiß ich auch. Und muss man überlegen, ob man den wirklich mit einbauen will. Der sollte ja jetzt nochmal vorspielen. Und da Paldadai, wo man, wenn man neutral sagt, auch mal sagen muss, wie oft will er noch vorspielen. Ich meine, Paldadai müsste ihn ja auch eigentlich kennen. Aber du findest halt auch keine Abnehmer. Weder bei Blackburn noch bei Hella Verona ist er auf Spielzeit wirklich gekommen. Hat sich zeigen können. Aber 1,5 Millionen ist schon eine Hausnummer. Ich meine, selbst wenn es jetzt nur noch 900.000 sind, das ist immer noch eine Hausnummer für einen Spieler in der zweiten Liga. Da müsste der beste Außenverteidiger, Sechster, Achter, was auch immer er dann am Ende spielt, eigentlich der gesamten Liga gefühlt sein. Mal gucken, wie es dort weitergeht mit Holger, der gestern gespielt hat und für mich wirklich ziemlich unbeweglich wirkte. Was aber, wie gesagt, auch an dem Trainingsstand bisher liegen kann, weil sie ja erst eine Woche im Training sind. Da gab es ja das Gerücht aus der Türkei, von diesem türkischen Journalisten. Das hat der Kicker jetzt auch nochmal aufgegriffen, dass sein Ex-Klub, von dem er ja erst im Winter zu uns verpflichtet wurde, für 350.000, Ankara Gücü wirklich an ihm interessiert sein soll. Und Hertha, wo er auch ein Angebot vorgelegt hat, das, wie ich vermutet habe, war ja nur eine Schätzung, sich genau auf die Summe beläuft, die wir damals an Ankara Gücü bezahlt hätten. Also, dass wir mit Plus, Minus, Null da irgendwie rausgehen, außer eben Signing, Vieh und Gehalt, was wir in der Zeit gezahlt haben. Das halte ich dann auch für ein realistisches Angebot. Hertha würde ihn wohl sogar abgeben. Man weiß aber weiterhin nicht, ob Dämme kommt. Andersrum sparst du dir natürlich auch dann Gehalt für einen Dämme. Also, mir ist klar, ich würde lieber mit Dämme spielen, auch wenn er jetzt im letzten Jahr nicht so viel Spielzeit bekommen ist. Das Jahr davor hat er ja noch regelmäßig gespielt. Trotzdem würde ich dann lieber auf den Dämme setzen und ihm wieder abgeben, zumal er für mich, wie gesagt, nicht den agilsten Eindruck mehr macht. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile bei Dämme der Fall ist. Kann ich auch nicht beurteilen. Aber ja, auch der Anfang, wo er bei uns war, war ja gut. Aber danach wurde es immer schlechter. Und teilweise hat er jetzt auch bei den Trainingsvideos nicht gerade den Eindruck gemacht, als ob er mega happy ist, wieder hier zu sein. Ich weiß nicht. Also, wenn er gehen will, dann soll er meiner Meinung nach gehen. Problematisch gestaltet ist sich deshalb, das sagt natürlich auch der Kicker, aber es ist ja auch faktisch so, dass wir ein Riesenloch in unser zentrales Mittelfeld reißen, wenn wir wirklich alle Transferaktivitäten so durchführen, wie es geplant ist. Also ein Toussaint als Großverdiener geht, ein Serdar als Großverdiener geht, Cunic ist ja eh schon weg. Der war jetzt keine wichtige Baustelle, aber gerade in der Hinrunde war ja schon immer eine Startaufstellung oder zumindest mal Kaderoption. Boetius ist weg, das ist schon der vierte zentrale Mittelfeldspieler. Und wenn jetzt auch noch Tolga geht, da fehlt es dann halt schon. Also da brauchst du dann nicht nur ein Dämme, sondern auch ein paar Spieler mehr. Wir haben zwar gestern dann auch mal einen Veit Stange getestet. Ein Clemens kann auf der 6 spielen, Marton Dardai kann auf der 6 spielen. Auf der 8 bzw. 6 könnte auch ein Mesut Kesik spielen, der gestern in der zweiten Halbzeit gespielt hat. Auch ein, wenn man jetzt zentrales, offensives Mittelfeld so betrachtet, oder zentrales Mittelfeld, hätte man auch noch ein Abdullativ beispielsweise. Benze Dardai hat gestern ein bisschen Spielzeit bekommen, noch offensiver wäre dann Ibo Maser. Aber es fehlt halt wirklich dann, wenn wir die Spieler überhaupt loswerden, das sieht ja derzeit wirklich weiter nach einem absoluten Transferstau aus, dann, ja, ich glaube nicht, dass man das nur mit Jugendspielern auffüllen sollte. Auch wenn ich ja ein Freund davon bin, die ranzuführen, denen Spielzeit zu geben und sie sich zeigen zu lassen. Aber mal gucken, was da passiert. Auf jeden Fall wird das jetzt wohl konkreter. Hat nicht nur der türkische Journalist berichtet, sondern jetzt eben auch der Kicker. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Bei vielen Klubs ist halt auch einfach das Problem, dass die Vorbereitung ja jetzt erst beginnt oder erst in ein, zwei Wochen beginnt teilweise auch. Ich glaube, zum Beispiel jetzt beim FC Bayern beginnt sie am spätesten in der Bundesliga am 13. Juli oder so. Auch in anderen Ligen beginnen natürlich die Vorbereitungen später, wenn es um die erste Liga geht. Und daher haben halt viele Vereine auch einfach noch Zeit und können da auch auf Zeit spielen, weil sie wissen, um die Zeit arbeitet mit. Umso geringer kann man die Ablöse dann drücken. Andersrum, wenn sie einen Hertha-Spieler wirklich verpflichten wollen und der bei der Vorbereitung richtig teilnehmen soll, dann müsste ja jetzt langsam mal der Zeitpunkt kommen, wo sie Interesse haben. Aber wahrscheinlich sind unsere Spieler auch gar nicht die 1a-Lösung, einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, das muss man auch sagen. Gar nicht mal so bei den Ablösesummen. Ich glaube, da wäre man relativ, ja, man würde sich schon auf eine Verhandlungsbasis einigen, aber was die Gehälter halt angeht, auch wenn sie jetzt bei uns ja sowieso verzichten müssten in der zweiten Liga. Übrigens schreibt die, Bild hatte ich gerade gelesen, dass Frankfurt wohl nur 4 Millionen für Jessic zahlen will und Hertha will wohl 6. Also ich glaube, er ist so, wie ich es gestern gesagt habe, dass das Angebot so bei 6 plus Boni lag und wir wollen 7 plus Boni, dass man eben auf diese 10 Millionen kommen kann, die Hertha eben anfänglich gefordert hat. Ich glaube, über 4 Millionen Euro Angebot würde Hertha nicht mal nachdenken. Also ich weiß nicht, es steht ja sehr schlimm um uns, wir lassen ja auch Stadionmiete stunden und so weiter, aber ich glaube, also jetzt mal ganz ehrlich, für so einen Spieler wie Jessic, da denkt man doch bei 4 Millionen gar nicht nach oder geht in Verhandlungen. Also das wäre wirklich jetzt mal absolut lächerlich, auch wenn der geschätzte Marktwert sich vielleicht in diesem Rahmen bewegt. So, was haben wir noch für ein Thema? Neuer Sponsor, da hatte sich ja zwischenzeitlich, jetzt habe ich wieder seinen Namen vergessen, ich kannte den nicht, da bin ich schon zu alt für, meine lieben Freunde, war die Teamgründer, der hatte sich ja sehr öffentlichkeitswirksam gezeigt und gesagt, dass er als langjähriger Hertha-Fan und Hertha-Mitglied Hertha auch eine Anfrage geschickt hat, beziehungsweise ein Angebot verfasst hat, dass er Hertha Hauptsponsor werden möchte oder werden würde und gerne auf dem Trikot pranken würde mit seiner Firma, war die Team, waren aber wohl nur rund, nur, aber ist ja schon viel Geld für den Unternehmer, aber waren halt nur rund 1,5 Millionen und das ist halt wirklich lächerlich, wenn wir mal vergleichen, wir haben, glaube ich, 3 bis 3,5 Millionen je nach Boni-Zahlung von Autohero bekommen und das reicht einfach nicht aus, auch wenn wir jetzt abgestiegen sind, auch wenn es wahrscheinlich ein paar junge Leute wirklich locken würde, weil das wahrscheinlich wie so ein Fashion-Artikel für die dann wäre, wenn dann da die Modemarke draufsteht, die sie sonst auch für Geld kaufen, ich bin mir schon sicher, dass es marketingmäßig auch relativ smart wäre, aber da man an den Trikots jetzt auch nicht so viel verdient wie am eigenen Merchandise bei uns, was nicht von Nike oder Nike ist, denke ich mal, kann man nicht sagen, das refinanziert sich dann durch Trikotverkäufe, das wäre ein bisschen weltfremd gedacht, von daher ist wohl unser Vermarkter Sport5, mit dem man ja auch weiterhin Vertragsverlängerungen aushandelt, obwohl man das früher selber machen wollte, aber jetzt bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als die Vermarktung wieder an Sport5 abzugeben, um eben auch wieder Gelder zu erhalten, um auch eben wieder dieses Signing-Feed zu bekommen. Noch sind es ja E-Vermarkter, ich glaube bis 2025, die sollen laut Kicker in fortlaufenden Gesprächen sein mit Trainer, das ist eine App, beziehungsweise eine Plattform für Trainerausbildung quasi, ich glaube die sind auch schon in einigen Teilen Sponsor, und ja, auf dieser Plattform ist übrigens ein Startup, von daher suchen die auch immer wieder noch nach Investoren, um dann eben so eine Gelder eben für Sponsoring auch ausgeben zu können, auf dieser Plattform sind es, wie gesagt, für Trainer Ausbildung, Weiterbildung und so weiter. Ziel von Hertha ist es, ja wahrscheinlich zum Saisonstart dann schon auch einen neuen Trikot und Hauptsponsor zu haben, klar, jeden Monat verlierst du ja auch Geld, wo du das nicht hast, aber für uns eigentlich als Fans, auch wenn, glaube ich, gerade ein bisschen Lieferzeitverzögerung ist aufgrund der Inventur im Lager, ich muss eigentlich schnell zuschlagen bei dem Trikot, weil noch kann man es ohne Sponsor bekommen, und ich persönlich, ja klar, gibt es so diese Classics wie Continentale und so weiter, aber eigentlich finde ich, also für meine Begriffe, für meinen Geschmack sieht kein Trikot besser mit Sponsor als ohne Sponsor aus, also für meine Begriffe ist das immer sehr, sehr nice, auch wenn es hier bei dem Trikot ja noch relativ okay war mit dem Auto Hero, wo es wenigstens an der Farbe angepasst war, aber ich würde dann doch eher dazu tendieren, ein Trikot zu haben ohne jeweiligen Trikotsponsor drauf, also schlagt rechtzeitig zu, Freunde, kann ich euch empfehlen, Mitglieder sparen da auch ordentlich, ich werde es mir auf jeden Fall zulegen mit der Hose und den Stutzen, damit ich wieder ein cooles Fußballoutfit habe und auch mal eine weiße Hertha-Hose, wäre jetzt immer nur diese dunkelblaue und die hellblaue, die fast jedes Jahr gleich aussah, da freue ich mich auf jeden Fall drauf und ich freue mich auch, euch heute im Stream zu sehen, war ein kurzes News-Update, viel mehr gab es jetzt heute auch einfach nicht, brauche ich nicht lange um heißen Brei reden, was mir ja sowieso immer schon nachgesagt wird und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen zauberhaften Wochenstart und wir sehen uns heute Abend um 21.30 Uhr auf Twitch, macht's gut, bis dann und hauhe, ciao.